Alter, ich muss noch ein Video schneiden heute. Alter, das wäre ja so eine Terminale-Sonda. Ja, gehen wir da hin, oder? Scheiß gut. Ja, hin da, hin da, hin da. Ja, scheiß gut, oder? Scheiß drauf. Ist doch egal. Terminal ist egal. Boah, kann man durch die Fensterscheiben da reinkrachen? Boah, lass es probieren. Ich probiere es. Ich probiere auch. Das geht nicht, geht nicht, geht nicht, by the way. Wieso, seit der Tour, was ist passiert? Die Scheibe ist ja kaputt gegangen, du bist durchgeflogen. Was? Ich muss die Scheibe kaputt gehen. Jäger, was ne Scheiße. Ich probiere, ich probiere. Ich bin durchgeflogen, ich bin durchgeflogen. Echt? Nee, ich bin nicht mehr durch die Scheibe geflogen. Vielleicht bist du aufgeklatscht an dem Rahmen. Ja, aber dann muss ich ja trotzdem irgendwie nach unten gekommen sein, oder? Ja, Logik durchgespielt. Was ist das jetzt? Was willst du eigentlich immer? Immer einfach. Immer. Äh, wieso geht in die Kiste, in die Richtung auf? Tigger, einfach zum Auto hin. Gegner bei mir, Phil, ich brauche Hilfe. Ähm, wo? Ich bin da. Wo bei dir? Direkt vor mir. Akatsuki Prime. Hier? Bei Phil jetzt, links. Ja, ja. Ja, ist ein Bot. Mann, dafür bin ich jetzt zu heim gekommen. Hey, bei mir, bei mir, bei mir. Maufen. Bin doch da. Was macht ihr denn da? Jäger, das ist ja hier ein geheimes Text. Ich habe keine Waffen. Ich loote hier alles. Ja, ich schwöre, ich habe eigentlich auch bei Talbot nie Waffen. Das kann halt nicht sein, boah. Ich loote alles. Ich habe keine Waffe. Ich bin seit zwei Minuten am looten. Ich habe keine Waffe. Ich habe keine Waffe. Ich habe keine Waffe. Keiner gesagt. Du hast keinen gesagt. Ich habe eine Waffe. Krass, ich habe keine Waffe. Ich muss ein bisschen mehr mit Hass sagen. Ich habe keine Waffe. Ich habe mich nicht. Digga, lagst du ein bisschen? Es laggt, ne? Ja. Aber das ist ein Knossi. Klar, das ist ein Knossi. Ach, Digga, hier ist ein Klo einfach. Floyd. Floyd. Oh, Alter. Na ja, was? Digga, wie komme ich denn hier zu dir? Ah, hier. Letzter natürlich eine 3er im Westen ist der Beste. Sauer. Hast du den? Nee, sweet nur. Hast du noch einer Sheepreak? Sauer, wenn sauer. Hinter mir. Töte ihn. Ich nehme hier den Burgerladen aus. Da war noch was, aber der läuft weg. René, ja, haben wir auch. Also vor allem die hohe Pings habe ich die ganze Zeit. Suha, es gönn dir aber auch dein Kilo, oder? Aber Moha, es hat noch keine Waffe gehabt. Keine Waffe. Ich bin ehrlich, Chris, aber hier fehlt das Flugzeug. Ja, voll. Flugzeug fehlt wirklich Katastrophe. Fehlt Katastrophe. Flugzeug fehlt Katastrophe. Hast du mir den Pingschrank aufgemacht? Ich rede seit 30 Sekunden, Digga. Ich bin gemütlich. 30 Sekunden. Wieso macht ihr mir nach, das ist ungeheuert? Digga, das macht aber übel Spaß einfach. Das ist lustig. Ich finde es gar nicht lustig. Ich finde es lustig. Ich finde es gar nicht lustig. Ich finde es sehr lustig. Ich finde es gar nicht lustig. Wir haben sogar Burger-Ton hier erweitert. Burger King. Jetzt habe ich Burg auf... Burg. Burg. Burgi. Ja, wir drehen wirklich durch so langsam. Ihr merkt schon, dass es nichts Gutes ist. Das ist nichts Gutes. Bei der linken Tanke Gegner, zwei Gegner. Aua, wo seid ihr hier? Warum bin ich alleine gewesen? Wir sind weggegangen. Willi ist noch irgendwo airport. Ja, weil die Gegner sind. Digga, hast du noch auf deinen Koffer gewartet, oder was? Wir sind Gegner. Good one, good one. Wir laufen weg. Hey, stehen bleiben. Hey, guys. Die Feinden hier. Ich will Gegner, jetzt kommen, bitte. Stop, stop walking away. Okay, Airlift weiter, Digga. Nein! Why are you running? Akatsuki-Crime. Boah, geht die langsam ins Go? Haha, hinter dir, Bro. Bro. Hinter dir. Bro. Ach, ja, mein Massi, Digga. Nein, Imperator. Boah, ich wurde Ketschout sniped. Boah, von genau da, wo ich hingucke. Hedgehoffsnipe. Hedgehoffsnipe? Tot. Tot. Hinter mir. Ey, nee. Töt ihn. Er ist genau in der Garage. Wo was? Wo was? Wo was? Genau, er. Nein. Schieß da hin. Hinter mir. Nein! Ach, Mann! Oh mein Gott. Nein. Bro, ey, wie viele Teams sind denn hier? Das ist echt so, Alter. Der ist... Kannst du sterben, bitte? Ich hab's, ich glaube... Ja, er ist tot. Geil. Und ich sterbe natürlich. Ich hasse mein Leben. Komm, wir rein, komm, wir rein. Geht es? Ja, ich bin drin. Ich bin hier drin bei mir. Zu dir kann ich nicht. Halt dich. Anfassen. Hast du Platten? Nein. Ich kann ihn nicht einstecken jetzt erst. Power, real life. Ich hab ne Bohrladung. Halt dich durch. Hä, was? Hat sich mit seiner eigenen Samtix getötet. Ist ein mehr, oder? Die Bohrladung macht gar nichts, Digga. Bin auch nock. Oh, rip, rip. Ich gebe grad mal. Sheeprack der andere. Sheeprack der andere. Alles gut. Snipe von irgendwo. Machen wir mal Shield Hit. Machen wir den Bug direkt auch. Hier oben drauf, dem Haus, das ist ein Sniper, glaube ich. Ich schwöre, Hedgehogs Sensor funktioniert nicht. Ja, funktioniert auch nicht. Der hat aber auch mal funktioniert bei mir. Ne, bei mir hat er nicht ein einziges Mal funktioniert. Ich bin kurz noch Sheeprack den Sniper. Wird nicht mehr peaken. Ich gehe hoch. Wir haben mal das Bounty, oder? Mhm. Wieso habe ich denn so viel SMG-Money eigentlich? Du bist so gut aussehen, ne? Ich weiß. Was hat das damit zu tun, dass ich jetzt hier... Ähm, wenn du gefehlt hast. Ja, aber der Shop ist kacke, oder gibt's noch nicht noch eine? Wo sind die Jungs hin? Ich bin hier oben. Wieso ist das Scheint weggeschwungen? Ja, da ist immer weg. Maum, Dino! Geil. War auch egal, das ist das Bounty, nicht so weit weg. Ich gehe mal zu meinem Handy. Chris, jetzt an dem Shop-Stück wird er mich so hassen. Wenn ich in dem Shop jetzt sterben sollte, gehe ich auch leiden. Na, ich habe gerade ein bisschen gehofft. Das ist eine Runde von dir, oder was? Ähm, vielleicht noch Schuhe. Patrice, danke für den Prime 2. Ja, ich weiß nicht, Alter. Du bist das Einzige, als Abgeordnete. Sie sind auf dem Dach geholt, ne? Die Grüßen und danke ich für die Unterhaltung. Donate Duck, danke dir. Fine, no. Für die lieben Worte, aber gute Besserung, natürlich. Ich hoffe, es geht schnell weg, Mann. Kuss. Gut, aufmachen. War mir eine Drohne kaufen hier am Shop? 41410. Alter, ich fahre wirklich wie, wie habe ich Führerschein bestanden? 41410. 41410. Was denn? Gelddrucken, man kann nur aus dem Dronen fahren. Nein, kann er nicht. Da fehlt noch 10 Dollar. Ich habe nichts. Ich habe keinen Loot hier in dem Geld. Ich habe keinen Loot. Ich habe nichts. Ich habe gar nichts. In meinem Leben auch gar nichts erreicht. Achtung, ich kann richtig geil driften. Achtung, Achtung, richtig krass. Aber ich kann halt driften, Achtung. Boah, das war heftig, oder? Geh, nehme ich mit. Das war richtig heftig. Lass eine Drohne kaufen, oder? Wie kann ich eigentlich hupen? Man kann nicht hupen, oder? Doch, ich höre es. Man kann nicht hupen. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Guck mal, Marvin. Geht auch, geht mal alle so raus. Alle. Digga, mach doch meine Scheiben nicht kaputt, Junge. Digga, neu ist Auto. Moors, 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 bleib hinten sitzen, bleib hinten sitzen. Nicht Kreis. Die rechte Scheibe, ey, ey, bei dem Dixen Gegner. Ich habe gerade so Kreis gedrückt. Das sind richtige Gegner. Ja, lass doch, lass doch lieber zum Bau. Oh, oh. Sterbe ich jetzt? Ja. Ist. Ich, auf einmal Straße zu Ende. Auf einmal, was sollt das? Die Straße, die haben nicht, die haben nicht fertig gebaut. Ich schwöre, ich dachte, es ist eine Brücke. Ja, sag doch, du spielst. Hey, guys, hey, guys. Aber ich schwöre, es war wirklich einfach fertig. Ich dachte, es ist eine Brücke. Ich schwöre, Digga, schwöre mal. Ja, ich habe geschworen. Schwörst du? Ich schwöre. Ich habe geschworen. Ich habe geschworen. Oh, ich schwöre. Ach, halt so einmal. Ich habe geschworen. Das ist so traurig, dass... Hast du auch geschworen? Dass er wieder fulltot war nach dem Gulag. Entschuldigung. Äh, hallo? Was? Hallo, hallo? Hallo? Was kriege ich hier für Hits? Oh, können die bitte aufhören zu laufen? Baum, Dino. Komm her. Also wirklich stehen bleiben, wäre wirklich mal super. Kommt einer. Mann, ist das boring. Oh, Alter, sind weg. Was? Von wo denn? Ich dachte, wir hätten alle geholt. Noch ein Team, oder? Ja, Team war ja bei dir. Urs, äh, zieh mich mal an. Hier, um mir. Oh. Wir brauchen Plattenbox hier. Ich habe keine Platten. Ich habe keine Plattenbox. Ich habe 18 Platten. Und schwupps unter Wasser. Schwuppsdiwupps. Der arme AMG. Ja, true. So fahre ich mit meinem AMG auch immer. Mein Essen ist recht da. Dein Essen? Ja. Was hast du dir bestellt? Das ist ein typischer cool Storybook. Ja, Flink einfach nur ein bisschen. Hä, was bestellt? Bei Flink einfach nur ein paar. Hä, was ist Flink? Was ist Flink? Ja, das habt ihr Flink nicht kennen. Da könnt ihr Sachen vom Supermarkt bestellen. Aber das ist goated. Das haben wir hier auch. Das ist wie Gorillas, ne? Ja, Gorillas, genau. Gorilla, Digga. Ja, einfach T-Rock. Alter, unkorrekt. Waffen war. Sind wir alle so K.O. gerade, oder? Ja, die Runde ist halt todes boring. Todes boring, Digga. Ich muss mal kurz hier reinlegen. Ich muss kurz zur Tür aufmachen, dass die Klingel hören. Mach mal die Tür aufmachen. Du musst die Tür aufmachen, dass du die Klingel hörst. Oh, die Klingel liegen auf. Oh, ich weiß Gott. Äh, in den Blacksides ein Gegner. Ja, halt hier meine Zimmertür. Könnt ihr bitte die Gegner hier mir lassen, weil ich ein bisschen Kills machen. Nichts langweilig. Ja, dann geh und dann mecker nicht, wenn du stirbst. Nicht mecker nicht. Hä? Drück mal dein Geld. Danke. Cluster Strike einfach. Wenn der mich holt, bin ich sofort offline. Oh, hoffentlich holt er dich. Kleiner Hund. Oh, der ist krass, der Cluster. Die laufen Arsch an Arsch. Oh, der hat die Minigun aufgehoben. Das ist, äh, ja. Beide Mannschaft. Okay, was ist falsch? Melschen, man hat alles und stirbt. Das wird mir jetzt stinken. Oh, einen mittleren Rucksack dabei gehabt. Geiler Mann. Oh, Akatsuki Prime, bitte kauf mich. Warte, eine Golden Mp5. Richtig viele spielen Golden Mp5 irgendwie. Und die Minigun hat er auch. Pack ich mir in meinen Dingslot. Der Lodi ist wie am Dach oben bei denen. Ja, ja. Da ist noch ein Schmelf drin. Und Munik ist das auch, geil. Würde ich nehmen. Ne. Achso, du hast noch kein Zeil. Okay, ich glaube, du hast schon. Das Gas weitet sich aus. Sicherheit. Aber hier gibt es auch einen Aufzug drin. Ach, wie ist es, äh, geschossen. Danke, Maren. Ich krieg's Herz. Von wo wird geschossen? Irgendwo. Oh, ich glaube, von... Hier springt einer, die springen, äh, von, äh, oben, von, äh, Highrise. Und einer springt hier in die Richtung zu uns. Die springen oben auf die Blackside drauf. Echt? Ja. Jetzt muss ich mich hinlegen, wenn man essen bleibt. Einer dead. Das war ein Gegner tatsächlich, ne? Wie geht's denn hier hoch zur Blackside? Ey, ich muss am Job campen. Ja, da wo Munis ist. Wo sind denn noch Gegner jetzt? Für bei dir, oder sind das, äh, NPCs? Ich weiß nicht, wo's hochgeht. Aber schießen... Aber da ist ein King. Wo hast du? Ach, der... So, wie ist der? Der snipet. Chipwreck. Oh, wie schade. Ist recht durchgezogen. Wo hast du, du bist so hochgekommen? Äh, ich bin vom... Ich wurde ja gekauft. Bin von oben gekommen. Erzähl. Man sieht nicht, wo der Prezi-Use ist, ne? Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Ich glaube, was ich... Kleine Remerbs to Rebirth und Fortune Skip kommt, glaube ich, erst in Season 3 oder so. Aber das wird wieder kommen, oder wie? Jaja. Der Sniper links... Äh, High-Rise, top High-Rise. Vier Leute! Cool. Da war ein Chipwreck. Das bringt mir nichts. Weißt du was? Das bringt mir nichts. Was hab ich verpasst Jungs? Top Highrise 4 Mann Team Die wissen die Zone ummoden Ja Ich geb mir keine Platten, wir können uns healen hier Hey, ah ne das sind Bots Heee Na ja ich mein generell Wieder Street Break der Sniper Bin ich aber auch getötet Ich hab keinen einzigen Schuss getroffen Ich hab keinen einzigen Schuss getroffen, alles gut Schade Die gehen dorthin, lassen wir da auch hin Boah weißt du wie weit der Weg von uns ist Lassen wir lieber hier das Ding töten oder? Ich kann halt nichts machen, ich hab halt keine Sniper ne Die unten liegt ein Sniper Die unten liegt ein Sniper Muras Wo? Jetzt nochmal hin zu laufen Ich geh jetzt mal auf hin Wo wo wo? Zwei knock Was für eine Krone, ich seh sie nicht Drei knockt Bei mir wird keine Krone angestellt Das ist ja auch noch gut Hier sind sie, da hinter der Mauer Die laufen gerade rein ins Haus Drücke vor Hat einer von hinten? Ja von hinten snipen die auf mich Ja hier Oben drin jetzt An der Tür kriegt der Ja Street Break Er spielt die Doppel Shotgun Knock, knock Mach mal bitte die Markierung weg Auf dem Turm Auf dem Turm bitte die Markierung weg Hab alles weggemacht was ich hatte Noch einer weiter rechts Knock Noch einer, noch einer Ich aim bei dir ab Kann sein das ist von links gesnipht Ich hab einen Knock oben auf dem Turm, Airstrike hier hin Ich hab keinen Airstrike Ich hab keinen Airstrike Was aber noch einer war Nice Auf dem Turm meiner Street Hier unten noch Digga Wären zwei Leute oben waren einfach Digga Wir bräuchten halt einen Cluster Oder einen Airstrike eigentlich Ich hab Wohin? Wohin? Ah Digga zu spät Ich hab ihn gerade gefunden erst Achso ok Siehst du den großen roten Turm? Der da Da wenn wir schreien hin machen Okay Wenn wir schreien Andere Turm weg der Turm Aber wie schreist du das muss ich wissen? Ähm Prezi 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 Würde ich sagen Jetzt hat andere Turm weg Nein, 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 nein Ich würde das sagen Ok Jetzt hat es Ich schreie jetzt Jetzt? Und jetzt? Hinter mir Bobs, 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 bobs Bei mir rendert der rechts Ja bei mir rendert der auch nicht ganz Aber da ist einer oben Links oder rechts? Hier Rechts Bei mir rendert der Ich musste ein Stückchen weiter vor einfach Ja Hier ist einer steht drüber Ja Ja Wir müssen auch in die Zone Ach ist ja gut Bots Wir lassen mal moven oder? Ja ich bin schon gemovt Weil die Zone ist ekelhaft Komm mal an die Batzenzone Jungs Ich hab ne Drone für euch Der wird sterben Der wird sterben Der Finish Ey keine Kills Äh keine Kills Keine Gegner Boah links sind so viele Mhm Ich komm auch Wohl Kannst holden von der anderen Seite eigentlich Hier move nie An der noch Der linke von denen An der noch Der linke von denen Rücke vor Du bist äh Rücke vor Noch einer noch Ey Chris ist so krank am snipen In Warzone 2 Ja ne Ich hab Bullet Drop noch gar nicht wirklich drin Ich hab's eigentlich echt Also MCPR bin ich absolut drin Der wird schwimmen unter Wasser denke ich Nee Da an der Seite Oh nein Das Dolphin-Dive ist so stark Ja Dolphin-Dive ist so geil Man kann damit geil so mühlen Du kriegst den Marvin glaube ich Also wird die in die Arme laufen eigentlich Auch ein Schnacker-Digi Links Was ist hinter dem Haus Hinter dem äh Hinter welchem Haus? Hinter diesem Runden wo ich bin Okay Mach dir egal wie es schnell die Zone ist Was? Die Lachmann muss ich echt sagen die macht echt Laune Lachst du wenn du dich willst? Ey is loaded Jungs is loaded Aber brauch ich Ich hab nämlich keine Keine Perks Ich kann was rauslegen wenn ihr wollt Wenn jemand ne was nef oder so Ne hab ich danke Ne polyatomar was nef? Ähm Oh ja die nehm ich Die nehm ich Die nehm ich Hier ist eine Monikiste Jungs Läge hier Munition ab Monikiste ja Monikiste ja Monikiste ja Monikiste ja Ich sehe es zum ersten Mal jetzt Oh Gott Was denn? Ja Ja ne Oh Dome fighted Wo ist schon da? Ja Wo ist schon ganz oben einfach Rechts landet einer Rechts landet einer Rechts Rechts Fünf Dings Das ist drin oben Der ist drin oben In nem Turm oder was? Shield break Wieder drin Kann ich steaken wenn ihr wollt Ne Ne Boah Ich schwöre ich war auch gar nicht Was mein Kopf braucht Na ich weiß Genau das gleiche gesehen Durch den Boden nicht getroffen Einer fliegt hier oben Wo schließt du hin Phil? Er ist hier gelacht, das ist ein Team da Auf dem Dome, auf der Plattform Sind da noch Leute bei dir Phil? Ich werd so verarscht vom Spielen Ich hab auch noch ne Monikiste by the way Marvin, kann man mir helfen? Ich bin auch da Wo ist der? Die haben gekauft auch oben Ich brauch Hilfe Mir wird vielleicht am Rücken geschossen Von Wurfe Ja, keine Chance Wir hatten beide Cypher-Vive Die spielen beide fucking Noch einer bei Murs, 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 Murs Obendrauf auch Direkt vor mir direkt vor mir Ich bin tot Zertig, 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 Zertig War das Teamwipe? Über mir, über mir Jungs, über mir Ich brauch Platten So eine Scheißhunde Auf deinen Gang, auf deinen Gang Ich hab keine Muni Murs Hast du MP Muni? Die sind hier direkt links ins Eck, ne? Pass auf Jungs Full Team, Full Team Oben drauf sind auch welche Murs, hast du MP Muni? Ja, warte, nein, 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 nein Hab hier draußen geflasht was? Gar nicht Hast du MP Muni Chris? Ähm, nicht so viel Ich hab nur 16 Schuss, danke Ich, äh, ich hab ne Platten Hinter mir, oh mein Gott An der Mauer hier Chris Miss Moven, Miss Moven Miss Moven, ich geh Moven Ja Ja Ist viel besser Bombendrohne Die kommt zu dir Chris Ja, ja Hab die, hab die, ich hab sie Stark Einer fliegt runter auch Nichts geflasht Die fliegen links an Drei Leute fliegen runter Lass sie, lass sie handen, lass sie handen Marvin Deine ist hier Hab, hab zwei Einer auch noch on me Oh mein Gott, hab ich in die Kracht Finish die, finish die Marvin Oh mein Gott Klippt das Shit Noch ein War on me Okay, ja, gib mir kurz den Button Bin sofort da Fuck Es ist ein Team, es ist ein Team, es ist ein Team Ich hab keine, ich hab keine Muni mehr Du musst mich abnehmen Keine Muni mehr Es waren zwei, waren auf jeden Fall zwei Ja Oh mein Gott Chris Krass Sehr gut Boah, warst du irgendwie Die hast du geknallt Oh mein Gott Wie big war bei dieser Muni Box? Komplett Äh, zwei einzelne Äh, ein einzelner Ja, ja, bei mir, bei mir Bei mir Wo genau, weißt du das? Genau on me Genau on me Genau on me Genau on me Ich glaub außen, äh, Zauern hab ich ihn gesehen Eis GG Boah, Digga, was ein geiles Endgame GG Geil Geil Boah, knapp, ey Knappe, knappe, knappe Kiste da GG Aui, ist echt gekracht Da hat's komplett gekracht Boah, du hättest den einen Kill davor sehen müssen, den ich gemacht hab noch Ich hoffe, das skippt den man 48 kills, Jungs 48 kills Boah, das ist heftig Das schmeckt Ich glaub fünf, Digga Hahahaha Bei mir ist das richtig, diese Runde mit Chris und Matze Ja, ja, viele, viele, viele Aber immerhin hast du ein Zehntel von den Kills gemacht, das ist auch gut Oh, Mann Ja, GG's in den Chat auf jeden Fall GG's Boah, 15, 15, 13, 5 M-U-A-Z Der allerechte M-U-A-Z 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 Oh, Mann GG's ist geile Runde Kuss Ach, scheiße, Hunde M-U-A-Z M-U-A-Z Meine